ES-TV Videos aus der Region Fantasia heißt die große Show, die der MGV Neuhausen auf die Bühne bringt. Gespickt mit zahlreichen Disney-Klassikern wie das Dschungelbuch Vajana oder auch Star Wars machen rund 300 Sängerinnen und Sänger, Solisten und Musiker die Fantasia-Show zum Erlebnis. Die ganze Organisation ist für den Verein aber auch ein Kraftakt. Ja, das ist da immer eine Herkulesaufgabe, aber wir haben viele Helfer. Jede Gruppe hat ja seinen eigenen internen Chef und dann führen wir es zusammen. Und wir haben es schon ein paar Mal gemacht und von daher haben wir schon Routine. Die Vorbereitungen für das Projekt haben schon vor langer Zeit angefangen. Also wir haben tatsächlich vor zweieinhalb Jahren das Konzept gemacht und seit zwei Jahren sind wir am Arbeiten. Ich selber habe jetzt ein halbes Jahr intensiv im Keller die Noten geschrieben und die anderen haben die Choreografien geschrieben. Also in Summe beschäftigen wir uns seit über zwei Jahren damit. Bei der Hauptprobe wurde nun erstmals alles zusammengefügt. Also Sänger, Tänzer und die Musiker. Wie hier bei Vajana zeigte sich, wie wunderbar alles passt. Die beiden Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag sind schon restlos ausverkauft. Allerdings gibt es noch für die Samstagmittagvorstellung ein paar Restkarten. ES-TV Videos aus der Region